Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 13. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1209, heute mit den folgenden Themen. Google Maps, Apps, Meta-Portal, Spotify, Porsche, Samsung und zweimal ein Video. Ich beginne gleich mit Google Maps, dem Karten-Dingens von Google. Und die haben leider aktuell nur in den Staaten ein weiteres Layer hinzugefügt. Man kann jetzt nämlich auch die Luftqualität einsehen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, Google hat das schon vor längerem Mal angekündigt. Jetzt, wie gesagt, in vereinzelten Regionen in den USA online geschaltet. Soll irgendwann dann auch weltweit kommen. Ich bin sehr gespannt. Und solche Themen sind nicht nur bei Thema Covid und bei Thema Wallbränden und allem Möglichen interessant. Mehr Daten ist immer besser. Man muss sie ja nicht alle nutzen, wenn man nicht mag. Aber wenn man sie dann braucht und sie hat, ist das immer besser. Auf iOS, wie auch bei Android, gibt es Apps, die mit installiert werden. Vom Hersteller und oder irgendwelche lustigen Deals, die gewisse Hersteller machen und dann Apps drauf machen. Bei Apple gibt es das weniger. Bei Apple gibt es aber ganz viele System-Apps. Seit iOS, bin ich ganz sicher, glaube ich 10 ist es circa, also vor vielen Jahren, kann man ja den Kalender, Mail, Notizen, die Musik-App rauslöschen, wenn man sie denn dann nicht braucht und oder andere für sich hat. Neu lassen sich mit iOS 16 ab im Herbst dann auch noch weitere Apps löschen. Da gehört zum Beispiel die Wo-Ist-App mit dazu. Auch gehört die Health-App mit dazu und die Uhren-App. Wer keine Apple Watch hat, kann sich das dann deinstallieren. Und das Coole ist ja, mit iOS 16 kann auch das Smartphone, also das iPhone, die Health-Geschichten mittracken. Somit kann man die Health-App drauflassen. Und oder wenn man beides nicht möchte und vielleicht von einem anderen Hersteller, wie Huawei eine Watch hat, dann kann man die nutzen und deren ihr App. Finde ich gut, dass Apple das tut. Ich denke, nicht ganz so freiwillig, aber ja, ich nehme an, eben der Druck wird immer grösser von verschiedenen Stellen. Ich für mich lasse die Apps sowieso drauf, die ich nutze. Alle anderen, die gehen bei mir weg. Und die, die ich vor aufgezählt habe, nutze ich alle. Deshalb für mich nicht interessant, aber für viele andere wahrscheinlich. Metaportal. Wisst ihr noch, was das ist? Das ist dieses Tablet-Teil mit integriertem Ständer, was Facebook seinen Kunden angeboten hat zum Kommunizieren. Irgendwie hiess das früher mal, ich bin nicht mehr ganz sicher, irgendwas mit Facebook, glaube ich. Auf jeden Fall hätte man das verkaufen wollen an normale, private Nutzer. Das hat anscheinend nicht so funktioniert. Und oder wie auch immer. Oder man möchte sich einfach mehr abgrenzen von den Echo-Geschichten aus dem Hause Amazon. Zukünftige Modelle werden nicht mehr an Privatkunden verkauft, sondern nur noch an Geschäftskunden. Ja, da gibt es einiges an Umstrukturieren bei Facebook und dem Übermutter-Dingsbums oben drüber. Man hat zum Beispiel das AR-Produkt, was schon vor ein paar Jahren immer wieder mal ein bisschen hingeschoben worden ist, nicht aufgegleist oder rausgebracht. Und auch die Smartwatch ist auf Eis gelegt worden und hat uns nicht erreicht. Wir sind auch nicht traurig, glaube ich. Spotify plündert ja nicht nur die Musiker und die Podcaster, neu jetzt dann bald auch noch deutlich mehr, die Hörbücher-Anbieter und Anbieterinnen. Im letzten Jahr hat man ja Findaway gekauft und möchte damit den Markt vorantreiben und da zum Player Nummer 1 werden. Man weiss aber auch, dass Apple da in dem Bereich Dinge bewegt und wahrscheinlich noch in diesem Herbst mit einer neuen Möglichkeit kommen wird, um Audiobooks zu konsumieren. Wir dürfen gespannt sein. Zumindest bei Spotify schaut es so aus, als würde das Ganze noch ein bisschen stocken. Denn der Deal mit Findaway, ich habe ja vorhin gerade gesagt, gekauft, ja, man wollte, aber die Kartellwächter müssen das noch durchwinken. Ich glaube, langsam ist es auch mal an der Zeit, dass man hier Spotify ein bisschen bremst und oder eingrenzt, wie auch immer. Dann gibt es Neuigkeiten von Porsche, dem Hersteller dieser schönen, schnellen Autos, obwohl schön, ja, gewisse Menschen finden sie schön. Genau, was haben die getan? Die haben ja schon das eine oder andere Firmchen geschluckt, das E-Bikes herstellt. Jetzt haben sie Fazua gekauft. Das ist ein weiterer E-Bike-Hersteller, den man sich einverleibt hat. Die haben sich darauf spezialisiert, besonders leichte E-Bike-Motoren zu basteln. Und was hat Porsche dazu gesagt? Man hält es relativ vage. Man bündelt zumindest all die Aufkäufe, es gab vorher noch mehr, mit einer neuen Firma, in einer Joint-Venture-Firma, die in den Niederlanden sitzt. Und da möchte man ein bisschen was entwickeln. Man munkelt, dass man eventuell bald irgendwann dann mal ein Porsche E-Bike sehen wird. Wir werden sehen, was da genau kommen wird und wohin sich der Markt bewegt. Auf jeden Fall sicherlich nicht ein verkehrter Weg, wenn man sich schon auf E-Autos fokussiert, dann auch noch weiteres zu machen. Denn die Vorbewegungsmöglichkeiten lassen sich ja miteinander verbinden. Als zweitletztes habe ich noch in der letzten Woche erst gerade von Acer neue Monitore vorgestellt. Das waren zwar normale Monitore. Heute ist Samsung an der Reihe. Gegen Ende der Woche hat Samsung noch neue Gaming-Monitoren rausgehauen. Der Odyssey Neo G7 und der Odyssey G4. Ein grösserer und ein kleinerer Monitor, gekurvt, je nachdem, was man gerne mag. Mit allem Möglichen, was man so gerne drin hat. Und ab dem Preispunkt, das weiss ich gar nicht genau, denn der steht hier gar noch nicht drauf. Ja, wer sich für Gaming-Monitore interessiert, schaut doch mal vorbei. Links wie immer auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher euer Vertrauens. Und zum guten Schluss habe ich euch noch zwei Videos. Das eine ist schon online seit gestern. Apple Reise-Map. Wie habe ich das genannt? Apple Maps als Reiseführer. So ein kleines, in Anführungs-Schlusszeichen-Feature, was in der Apple Maps App mit drin ist. Und das Zweite, das kommt heute Morgen früh online. Wenn ihr dann alle aufgewacht seid und vielleicht diese Episode gehört habt, ist es schon online. Da geht es dann um, was war es nochmals? Irgendwas mit Essen. Es war was mit Essen. Schaut mal vorbei auf dem YouTube-Channel zum Podcast etc. Blog. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.